Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, zusammen mit David und Tim. Mir fällt gerade auf, ich mache die Musik ein bisschen lauter mit... Alter, das ist geklicken, ne? Das ist so scheiße. Haben wir noch eine Schiene? Schiene? Ich glaube nicht mehr, aber die sind ja einfach zu rough. Wo ist denn das Redstone? Äh, das, äh... Das ist oben. Obsidian. Äh, das müsste oben in der Kiste sein, oder? Soll ich das dann mal da hinsetzen, alles? Äh, die ganze Wand voll? Weißt du, weißt du, wie das geht? Nicht die ganze Wand voll, so wie ich so ein Portal. Einfach von der ganzen... Okay. Wie komme ich denn wieder... Ja, das ist ja das Schwere, du musst die Portale bauen. Nichts falsch machen, Tim. Werden das dann so Riesenportale? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das geht seit der 1.7. Okay. Okay, wie mache ich das jetzt hier auf der Seite? Dieser Block muss angesprochen werden. Hey, na Block? Oh, der war schon schlecht. Das wäre meine Oma besser. Was? Wobei ist deine Oma besser? Beim Witze reden. Achso. Hätte ja auch bei was anderem sein können. Nur weil du da immer wieder dran denkst. Hä, ich hab doch keine Ahnung, wovon Tim redet. Hä? Wieso soll ich denn wissen, worüber Tim gerade redet? Sag das mal bitte. Lol. Ich muss ja jetzt erst mal hochkommen. Das ist David. Komm mal. Ich kann grad nicht kommen. Ich bin immer von der Redstone-Shot. Was ist denn ob? Hm, geil. Ich hab ja jetzt schon mehrmals gesagt damit. Ich versuch das mal bei unten bei euch. Ich hab irgendwie das Gefühl, es ist geil. Es ist, es ist, es ist, es ist, ich weiß nicht ob es klappt, also es klappt teilweise bisher. Voll geil, ich muss wenigstens nicht mehr so ewig die Treppe benutzen. Ja, was ist denn, was hast du denn gemacht? Dieses X-Ray-Ding. X-Ray? David benutzt X-Ray? Nein. Ja, ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ja, das, was wir schon mal versucht haben, äh, mit dem, äh, Zaun. Bestens da und dem Zaun, achso. Und das geht jetzt wirklich nicht. Ja, es funktioniert! Wie geht denn das? Es funktioniert! Alter, wie geil sieht unsere Stadt von unten aus. Oh, das will ich gleich mal gucken. Ey, Alter, guck mal rein. Guck mal auf mein Rechtsklick drauf. Auf das. Alter, wie geil das einfach nur aussieht. Wie geil das aussieht, ey. Also die ganze Redstone-Shaltung da. Ja, ne? Oh, das guck ich mir gleich mal an. Das muss ich mir gleich angucken. Ich mach mal noch mal raus. Bitte, bitte, geh noch mal raus. Tim. Tim. Geil. Alter, und wollen zu sich die Höhlen auch... Alter. Ist da ein Spinn-Spawner? Ich seh' ein Spinn-Spawner von hier aus. Äh, stimmt. Ich glaube... Ne, mein Spinn-Spawner war mal kaputt gegangen, ne? Jetzt klappt das nicht mehr. Was ist jetzt los? Es hat gerade noch geklappt. Ne, es klappt nicht mehr. Was ist jetzt los? Das hat gerade geklappt. Hat der Mojang gemerkt, dass wir da rumspielen können dann... Der Herr Mojang. Ne, das ist halt für die Abbau nach einiger Zeit. Notch. Alter, du siehst die Höhlen, das... Alter. Aber... Okay, ist das denn aufwendig zu bauen? Nö. Es ist, äh... Minecraft und Glowstone-Block. Fertig. Was? Das muss ich mir gleich mal angucken. Das ist geil. Das ist hier oben, guck mal. Du musst nur rumkommen. Das hab ich schon mal. Das hab ich schon mal gewusst. Sondern hier unten. Ich hab gedacht, das geht nicht mehr. Ja, das geht... Oh, geht anscheinend. Manchmal siehst du das von innen dann nicht mehr. Wo bist du, Julian? Ich bin immer noch deiner Wetzelscheidung. Nein, komm bitte sofort. Nein, ne, grad nicht. Bitte. Na, du meinst. Ich möchte sie erstmal fertig machen. Danach kann ich nicht. Man sieht den Jürgen übrigens davon. Sieht man dadurch? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Ich guck mal. Kann man dann die Spieler sehen? Weiß ich nicht. Der wäre ja voll sheet. Nein, ich seh Tim nicht. Bist du gerade oben? Weil ich... Also... Ich seh... Ich seh deinen... Ich seh deinen Namen, Julian. Ja, mein Name. Ich seh vor dir. Ich seh vor dir. Ja, toll. Äh, kannst du dich mal bitte da hinbauen? Wohin? Ja, da weiter weiter und da reinbauen, wo du deine Treppe gebaut hast. Bau dich da mal kurz rein. Ich will wissen, ob ich dich da durchsehe. Warte. Ich muss das nochmal abbauen. Weil du musst das nach der Zeit anscheinend abbauen. Boah, diese Geklicke. Klicke. Ja, ich bin mal da. Ja, ich bin mal da. Ich bin drin. Ja, ich seh dich da durch. Ich seh dich durch die Wand. Krass. Alter, es wäre ja für so PvP Sachen richtig übertrieben. Ja, PvP und dann, ähm, wenn du... Wenn man so ein PvP-Event macht. Wie geil. Julian, du bist gleich fertig, oder? Lass mal PvP-Event irgendwann machen. Komm, sofort runter. Damit du cheaten kannst, Helm? Ja, deswegen. Ich hab dich da schaut. Das heißt, wir können jetzt aber auch... Alter, wie viel... Hier ist aber wirklich ein Spinnenspawner. Ich muss da hoch. Ich bin runtergefallen. Ich hab keine Erde mehr. Dann muss ich ja nur noch den da oben bebohren. Den muss ich bebohren. Dann mach ich einfach... Redstone hier hoch. Ganz easy. Locker easy. Oh. Locker easy. Ganz einfach aus der Hüfte. Ne, wie ging das nochmal? Ach, scheiße. Egal, keiner hat's gehört, also. Geht das eigentlich auch mit Eichenlaub? Nö. Okay. Ja, weil in 1.8 geht das nur mit Eichenlaub. Also mit Laub. Ich weiß, ich weiß... Ja, ja, ich bin, wie gesagt, gleichfällig, aber... Noch kurz nicht. Ey, geht das auch, wenn man Redstone da drauflegt? Auf die Dinger? Wo drauflegt? Auf die... LOL, das geht! Wenn ich auch... Das Redstone da drauflegt. Wenn ich auch nur auf die Spende drauflegt, funktioniert das. Ich muss das einfach nur da drauflegen. Natürlich geht das da unten nicht, aber... Hier, wo ist das gerade? Hier, da, da ist er. Kann ich ja auch so machen. Dann so, 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 so. Mh, mh, mh. Ey, wieso ist da eine Fackel runtergefunden? Kommst du jetzt, Julian? Warte, 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 warte. Bitte! Boah, ich... Ich brauch hier noch kurz. Kann sofort weggehen wieder. Ja, ich bin doch so gut wie fertig. Lol. Das ist Gold, da geht schon in der Kiste. Vielleicht. Ich schmeiß mal was runter. Ich schmeiß mal eine Fackel runter, ne? Hä? Oder, äh... Ja, eine Fackel. Oder zehn Fackeln. Ich schmeiß zehn Fackeln runter. Ah, nee, 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 kann auch gar nicht sein. Nee, nee. Hallo, Chip! Okay. Ich bin schon im Lager angekommen. Ja, also... Ich kletter gerade hoch, weil du nicht kommst. Ja, ich finde doch gleich fertig, David. Alter, ist das geil, das heißt, wir können die jetzt finden. Oh, ja. Da sind die jetzt, jetzt muss ich dann... Oh, Power. Ich hab's jetzt rausgenommen. Alter, das ist so eine geile Leitung. Hä? Was ist jetzt Gold, da geht hin? Hä? Toll, da kann ich nicht mehr drauf zugrufen. Alter, geht's schon. Alter, damit kann man Dispenser, äh, nicht Dispenser Hopper ersetzen. Ich weiß. Hä? Wo ist das Scheiß Gold, da geht hin? Hä? Ich hab's jetzt jetzt rausgenommen. Oh, das ist verrückt geflossen. Das kann ja nicht sein. Ah, jetzt hier oben drin, okay. Das dauert wahrscheinlich eine Zeit. Nee, 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 nee. Ich hab grad... Keine Ahnung, was... Warte. Warte? Kein Wunder, dass hier oben nichts ankommt. Ich hab grad meinen OP-Abfälle hier reingelegt. Und hier funktioniert noch nichts. Ja, ja, ich bin ja auch nicht fertig. So. Und jetzt muss ich nur noch... Und jetzt muss ich nur noch... Den habe ich powern. Was ist mit dem hier? Nee, nee, ich bin ja auch nicht fertig. Okay, jetzt muss ich nicht... Sie müssen nur alle frei oder sofort... Okay, jetzt muss ich den da unten hier bepauern. Den haben nicht, wir bauen nicht hier. So. Und so. Und so. So. Wo ist das denn? Alter, wie weit klickt das? Was ist denn da? Es klickt bei mir immer noch. Ja, was ist denn da, Tim? Hier ist kein Wasser. Ja, das hast du weggenommen. Wenn du den Block wegsetzt. Loll. Alter, wie weit klicken? Das ist ja unmöglich da. Alter, ich kann nicht mehr unter dem Lager spielen. Ja, das klappt. Super. Mach recht, klick. Ja, aber kann ich da unten gucken direkt, ne? Ja, hol's. Okay, da drüben ist ein Spinn-Spawner. Krass. Warte, warte, warte. Was? Ich hoffe, du siehst mich. Äh, sehe dich. Nein! Jetzt ist kaputt. Nein, du musst rausgehen und das wieder setzen. Neu setzen? Ah, okay. Also, du musst den Block neu setzen. Nicht mit der Hand erbauen. Hä? Warum nicht? Weil der Glouston und Staub draus wird. Nicht das Kart. Ach so, der Glouston. Ja, wusste ich nicht. Hä, aber Glouston und Staub kann man doch wieder zurück craften. Ja, aber wenn du es mit der Hand erbaust, werden es nur drei. Nein. Ach doch. Aber ich habe gar kein Glück. Ich habe auch kein Silk Touch. Ich habe Silk Touch, glaube ich. Was hast du gemacht? Sag nicht, du hast jetzt nur noch drei. Nein, nein. Ich habe Silk Touch. Ich habe doch gesagt, ich habe es nicht abgebaut. Ich kann es nicht abgebaut. Mann, ich habe doch Schrift gedrückt, Junge. Äh, aber ich werde jetzt ganz kurz, warte mal. Wir müssen das einfach alles einen Block führen. So, warte, jetzt setze ich erst rein, wenn ich da bin, ja? Okay. Nur nicht rein, okay. Warte, warte, warte. Jetzt setze ich rein. Okay. Siehst du mich? Ja. Hi. Weiter links, so drei Blöcke. Warte, so. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, wenn, wahrscheinlich... Ah, klar. Block Update, weil ich hier jetzt bin, ja. Ja, ja. Mach das aber mal. So vier Blöcke nach links noch weiterhin. Ah, warte. So, ich höre, ich bin schon. So, so, so. Ja, genau, dann in die Richtung. Dann muss ich noch ein, zwei Blöcke nach links kommen. So, 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 so. Hier ist die... Ja, ja, ich sehe die Wende schon. Also, ich habe kein Essen. Ich kann essen. Okay, ich will mir jetzt mal kurz essen. So, ich überflutet. Es funktioniert, ne? Yay. Sorry. Weil ich muss gerade hier... Okay, ich glaube, ich werde gleich sterben. Ich fackle dabei. Ich habe die hier reingeworfen. Äh, ne, ich habe die nicht dabei. Ich muss gleich mal gucken. Soll ich dich abbauen? Hm, ja, aber ich hab... Nee, 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 nee. Hast du Fackeln? Nee. Ah, warte, ich kann mir Fackeln machen. Warte, ganz kurz. Ich kann Fackeln. So ein Stack. Ne, ne, hab... Okay. Okay. Erstmal ausleuchten. Scheiße, wir müssen doch die Fackeln hier an den Wänden wegmachen. Ja, ja, aber wir müssen doch erstmal gleich das Wasser kümmern. Hm. Alter, wie geil ist das, dass das funktioniert. Eisen, Eisen, Eisen. Ich sehe dich... Ich sehe dich der Eisen abbauen gerade. Aber ich habe leider kein Essen. Oh. Unendlichkeit eins. Wie geil ist das denn, Alter? Unendlichkeitsbuch? Ja. Ey, da hinten ist noch ein Spawner. Die ist ausgeleuchtet durch Lava. Mit Stärke 3 Buch. Richtig gut. Aber da... Der Spawner ist da aber... Sind keine, ähm... Kisten. Keine Kisten? Ja, dann brauchen wir den nicht. Aber, aber wir können den Spawner benutzen. Boah, ich hab richtig... Boah, ich hab richtig... Boah, richtig gut. Das war ja richtig guter Spawner. Wie geil sieht das... Ist das ein... Strip-Mine-Gang hier? Exor. Alter. Ähm... Womit ist so kurz, hat er mein Essen dabei? Ich hab... 4. 31, äh... Karotten. Eine Kartoffelstunde davon. Nein! Wo? Achter. Ähm... Ich wollte jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Wir schwuppen davon. Ah! Dankeschön. Jetzt grad nicht. Nein, du bleibst mir stehen. Du bleibst mir stehen. Ja, ne, ich wärst da jetzt ganz kurz 30 Koppel rein. Ich hab das 10 Wackeln reingeworfen, wenn die nicht ankommen. Ja, ich hoffe, dass es müsste theoretisch funktionieren, aber nicht zu 100 Prozent. Das ist so hoch. So, der muss es nicht mehr in den Koppel finden. Das ist so laut beim Klicken. Mit welcher Option stellt man das runter? Ich hör das gar nicht. Geräusche. Also normal, oder? Ja, ja, aber es gibt ja... Es gibt ja die Gesamtlochstärke. Wer das Blöcke? Ja, das Blöcke? Ob ich möchte ja Blöcke hoch haben. Bei mir ist es richtig leise, aber okay. auf was hast du denn ein Blöcke gestellt Prozent zu nun die Geräusche Blöcke 80 Prozent bekommt jetzt noch in die Jahren an Blöden ob sie ja ein Blöck ich hätte er geht so gut wie gar nicht mehr bei euch aber sehr noch nichts angekommen das ist wirklich nicht beim Erkult sowieso nicht Prozent ist nichts angekommen es dauert ja auch ein bisschen ich weiß gar nicht ob eigentlich Spont also wenn wir die ganze Zeit in den Weg machen nicht wenn er die ganzen Fackeln weg machen wenn wir die ganzen Fackeln weg machen können wir vielleicht auch das wollen ja auch Prozent andere Sachen ja wahrscheinlich nicht gut ja obwohl eigentlich nicht weil Prozent ich die Männer Portal auch ein bisschen Licht okay das unerträglich laut im Lager bei mir ich habe jetzt die Böcke auf zehn Prozent runtergestellt er muss sein werden er warte ich komme muss ich nicht schützt das ich glaube ich glaube damit hat man wieder keine Orientierung sind hier ist der Eingang oh er wird sucht und bald ja nie ich habe zwei Blöcke von entfernt ich habe aber nicht gewusst dass es drei Blöcke sind immer gucken wo die ganzen Items sind ich glaube ich glaube das Problem ist alles zu allen nachgucken der Wanderer ja kein Wunder und so kennen die ist kein bestreut mich an die wird nicht angesteuert denn so dass ich nicht kaputt gemacht die ich weiß nur durch das geht ja das muss wenn es ist wenn er erstellt hat am Anfang anders gemacht du kannst ich weiß was du machen kannst so und so lol jetzt hast du hier ein Witzel weggemacht hab ich nicht sorry hier warte so so also hier ja ja ich weiß schon ich weiß schon das hab ich auch bei den anderen schon bestens noch mit nem Repeater dahin was ist da nix nix Leonard Skunk nein bestimmt nicht nein nein das ist doch nicht Leonard Skunk warte das heißt wir können Leonard Skunk die Gänge finden ich weiß wohl als keine Gänge sind ja du aber ich nicht was erinnert die Pitar nix zum Watt der Partei Partia habe ich jetzt zwar Prozent jetzt die Brötzung ja ich weiß hatte kurz er hat mich auf ein paar Uhr jetzt was er platziert die Neu das ist ein reichlich wo Julia und du musst übereit es machen muss das ist ein ich hab das schon ich hab das eben gemacht ich weiß nicht ob ich das über vergessen ich glaube ich habe es überall vergessen dann muss man wieder ich muss aber nicht aus wie er ist Rd auch die Gäste zu katholik der Idee wie viel Fakten hier ein paar Minuten so ich will jetzt testen ob das weg geht nein geht nicht weg der hier macht auch nicht der hier das ist ja ich weiß er ist ja nicht mehr angeschlossen nun kann nicht funktionieren Nein, David! Oh Mann, du sammelst alles aufgeben! Ja, ich will endlich jetzt erstmal den Part. Ich würde sagen, das war's von der Folge, Let's Play Minecraft. Das ist zusammen mit David und Tim. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst schon eine große Wertung da, wenn ich einen negativ Sack rum. Und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.